So, halli hallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft, Wrath of the Lifting Classic Version ist die 3.4.1. Wir sind hier in Norden Drachenhöhle, ein bisschen rechts von Agmas Hammer, links vom grünen Rubin Drachen Schrein und sind hier beim Questgeber Vargastras und der hat die Quest in der Hitze des Gefechts. Unterstützt Hauptmann Drazen, die Canyons zu halten. Tötet 12 eisige Ghoulangreifer, 8 eisige Spuckangreifer und 1 eisigen Monstrositätenangreifer. Kehrt zu Vargastras zurück, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist. 5 Gold 60, 20.750 Erfahrung. So, dann legen wir mal los. Und wir gehen hier in Eulenform und machen mal ein nach dem anderen weg. So. Oder auch nicht. Ja, also wir... Ah, jetzt kommt's. So, wir machen mal ein bisschen Spaß. Da hat ja hier... sehr viele Mobs aufeinander sind. Machen wir mal ein. So. Und... Damit haben wir schon ein paar wieder weggemacht. So. Spuckangreifer. Noch mehr Spuckangreifer. Ghoulangreifer. Wir machen alle weg. Noch mehr Ghoulangreifer weggemacht. Spuckangreifer. So. 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 Nimm mal Illustriositätenangreifer. Wir machen mal AE. Auch... Wir machen auch mal Baumrinde. Und machen richtig AE rein. So. Geben uns mal einen Anregen. So, da haben wir einige. Aber ne, die Coolangreifer brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur Spukangreifer. Und dann warten wir so lange. Wir geben wir uns doch mal nachwachsen. Da kommt ein neuer Spukangreifer. Wir machen einen Dot-Ruf. Noch ein Spukangreifer. 8 von 8. Damit haben wir die Quest erledigt, auch wenn es noch nicht wirklich richtig angezeigt wird. So, und geben die Quest in der Hitze des Gefechts ab. Bekommen 5 Gold 60, 20.750 Erfahrungspunkte. Und damit bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist hier verlinkt im YouTube-Kanal. Ansonsten das gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschaui. 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 Tschaui.